Mit über 5 Quadratkilometern Wasserfläche ist der Arendsee der größte natürliche See Sachsen-Anhals und gehört mit seinen rund 50 Metern zu den tiefsten Seen Norddeutschlands. Die mittlere Tiefe liegt bei rund 29 Metern. Der Ursprung des Arendsees lässt sich vermutlich auf eine Toteisablagerung in der Saale Kaltzeit vor 100.000 bis 150.000 Jahren zurückführen. Der See liegt allerdings direkt über einem Salzstock. Tiefes Grundwasser sorgte für eine Auslaugung des Salzes, wodurch es zu mehreren Einbrüchen des Salzstockes kam, zuletzt im Jahr 1685. Somit handelt es sich um einen Einbruchsee, der zu den größten seiner Art in Norddeutschland zählt. Grundwasser auf 15 halb Sehr gut! Was sagt, wie Luke da, Gere aquela folgene... German Coronavirus Oder über ein Tour Seлена 1 U Im Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018